so also es gibt das ganze auch in anderer variante ich habe jetzt ich bin ja auf alle es gibt aber einfach nur offene und ich habe ja mehr als mehr als elf beläge und zeigt dann wo ist denn hier die leine da so ich habe mehr als elf beläge und ich kann jetzt wechseln ich kann jetzt auf zahlen gehen ganz normal die zahlung ich gehe auf belege und es bleibt bei elf offenen belegen dann gehe ich auf offen der offene brauche ich kann ja auch fällig gehen dann gehe ich wieder auf offen dann gehe ich auf alle so und dann sind sie da das heißt also der zustand ist ein bisschen unspezifisch ich bleibe jetzt mal bei offen das sind also die elf stück ich habe ich bin ja kein wirklich großer mensch hier so gehe auf zahlung gehe auf belege das macht ja jetzt keinen sinn weil doch ich sehe er hat jetzt gewechselt von es stand ja auf offen jetzt hat er auf alle gewechselt und zeigt mir aber trotzdem nur die offenen aber da war ein anderer auch noch dabei gerade also wir probieren noch mal aus ich bin auf offen das sind meine elf stück ich gehe auf zahlungen ich gehe auch belege wir waren ja gerade bei offen jetzt zeigt er alle an also er zeigt eben nicht alle an er zeigt nur tut so als hätte er alle würde er alle anzeigen eigentlich haben wir auf offen geklickt wir waren ja bei offen das bleibt jetzt in einem zustand von von offen gehe auf fällig ich gehe auf alle und dann sind es wieder da so das heißt aber ja dazu müsste ich aber im prinzip ihren entwurf sein bei entwurf habe ich keine dann gehe ich auf zahlungen dann gehe ich auf belege das könnte die lösung sein dass er sich jeweils den letzten zustand merkt weil er weil er entwurf wäre eine möglichkeit dass er quasi einfach das letzte hier macht und immer nur vorne alle anzeigt so festgeschrieben habe ich ja keine bezahlt habe ich ich gehe auf alle wird ein bisschen nachvollziehbar dass er den letzten zustand sich merkt aber oben der reiter nicht richtig dargestellt wird das würde es vielleicht erklären wobei ich eher nicht auf entwurf stehe da bin ich eigentlich ziemlich selten habe ich ja kein grund er lasse ich immer auf alle wäre zumindest erstmal nachvollziehbar ich gehe auf entwurf gehe auf zahlung ich komme zurück und dann sind keine da und dann denke ich ja ich würde jetzt ja alle sehen sehe aber keine weil ich bin ja im zustand von entwurf das macht jetzt irgendwie ein bisschen sinn